So sehen meine FIFA-Spiele dann aus, Digga. Also der Gegner hat auch gut gespielt. Aber, Digga, dieses Ultra-Weitwinkel ist übelst verbuggt. Ach, Digga, scheiß drauf. Also, Gegner, vier Schüsse, vier Tore. Ich habe Ultra-Weitwinkel nicht ausgewählt. Warum machst du es von alleine, iPhone? Hast du ein eigenes Herz, eine eigene Seele? Was soll das? Digga, also, was ich euch sagen wollte. Das ist meine Statistik. Elf Schüsse, aufs Tor, 18 Schüsse an für sich. Digga, diese Scheiße funktioniert alles nicht, Mann. Am Ende habe ich gewonnen. Aber, Digga, der Gegner hat vier Schüsse, vier Tore. So, ihr Schlingel, endlich. Die General-Level-Weste ist am Start. Winterfest, Wetterfest, Wasserfest. Endlich ist die Weste am Start. Weihnachtsgeschenke für euch oder Freunde und Familie absichern. Einfach nach oben wischen, dann kommt ihr direkt zur Weste. Und nicht vergessen, zu jeder Bestellung gibt es eine handsignierte Autogrammkarte dazu. Ja, Mann, Digga, die Weste ist endlich am Start. Guckt euch das an, Digga. Geiles Ding, Alter. Gefällt mir jetzt sehr, sehr gut. Ich bin unterwegs, und zwar Fischladen, Digga. Uff, die Weste, Bruder. Maschallah, Maschallah. So, hier seht ihr mein neues Baby. Das ist ein Sonnenwels. Ziemlich groß. Ich habe jetzt den Weitwinkel drin, nur als Vergleich. Meine Hand, und ich habe eine große Hand. Da seht ihr, was das für ein großer Oschi ist. Ja, der ist, der ist wirklich wunderschön. Wunderwunderwunderschön, Digga. Keine Ruhe, wo bist du? Komm mal her, hier. Guck dir mal den Hund an, äh, den Hund an wahrscheinlich. Komm mal her. Ja, was ist hier? Hä? Was ist das da? Was ist das da? Dich interessiert das wieder gar nicht, ne? Du willst nur ein Leckerli haben, ne? Du willst wieder nur ein Leckerli haben. Wollen wir dir noch ein Leckerli holen? Komm. Ja. Hm. Einfach Liebe, Agatha. Einfach Liebe. So, los geht's, Stefan. Mach ihn rein. Das ist ein ordentlicher Brummer, Digga. Der wühlt jetzt erst mal ein bisschen rum, ne? Kannst du davon ausgehen, ja. Guck mal, was das für ein wunderschönes Tier ist. Der kommt zu Hause, würde ich an der Stelle sagen. Der sieht jetzt relativ groß aus, ne? Aber ich mach jetzt einfach mal ganz kurz was, was ihn dann relativ klein erscheinen lässt. Ja, jetzt zeige ich ihn euch nochmal. Oh, ey, dieser scheiß Winkel-Zoom-Scheiß bei diesem iPhone. Ich mach dich mit, der ist ein wunderschönes Tier. Und wenn ich das, was das ist, was das ist. Ich mach dich mit. Bis zum nächsten Mal.